So, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Dead Space 3. Ich darf nur grüßen den Zocken. Hallo. Hallo, wie geht's? Oh. Oh, ganz gut soweit. So, wir müssen jetzt, äh, diese Dinger da unten befreien von der Fracht und, ja, schon mal. Kann ja nicht so schwer werden. Ich würde kurz überlegen, was ich noch brauchen würde. Ach, gibt's doch eine feste A. Alter, wieviel kommen denn hier noch? Äh, was muss ich hier machen? Ich hab's dann klein, ne? Naja, nö, lass jetzt halt. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Die Dinger hier zusammen machen. Ja. Oh, was? Aber wenn ich die mit Heilslammern zusammen machen will, geht das nicht. Ah! Was kommt denn hier noch? Heils ja alles. Du, die Dinger, wie soll ich denn die zusammen machen? Du, die Dinger, wie soll ich denn die zusammen machen? Scheiße, man. Alter, das waren so viele. Du, wie soll ich denn die Dinger da zusammen machen? Ja, du, wie soll ich denn die Dinger da zusammen machen? Ja, rechts drehen, sodass halt ineinander passen. Hä? So, dann geht das Ding hier auf. Das ging vorhin schon wieder. Hä, jetzt haben wir das ja alles nochmal. So. Super bottet. Ja, wir haben das hier jetzt nochmal, das haben wir zum ersten Mal wieder. Weil mein Inventor hat hier das ganze Glumpel drin. Ja. Haha, echt? Ja. Ich musste nachladen. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Schöpfel in der 8.6. Die Kisten, die haben die zusammengepasst. Ich hab die enthalten, sie wollen nicht. Doch, die passen zusammen. Auf eine Art und Weise. Ja, dann probieren wir. Ich soll. Hat auch, dass man keine Minen oder sowas aus Sprengfallen oder sowas legen kann. Wäre eigentlich ganz lustig. Warte mal kurz, ich muss noch mal schnell hier ran. Okay, mein Boot kommt zurück. 2 Plus Vollraum 30. Och Mann. 4 Mund 42. Ach, jetzt hab ich ja 41. Verstehe ich nicht. Oh, okay. Schauen wir mal. kommt von einer seite von oben und von rechts und links jetzt erweitern und mal gucken ob ich hinzufügen ein clip für mehr money das nie verkehrt kommen so jetzt habe ich 38 doch so viel jetzt probieren ja auch mehr als verkacken wie war die komische Stasi nochmal sag mal Boah C Ehe Ja sah ich ja, das geht überhaupt nicht Warte, warte, warte Küchen ist jetzt zusammen Ach Mausrad, oh alter Jetzt, jetzt, jetzt auch Ich feil mich Ich muss nachladen, wirklich Traum wird jetzt hier irgendwie nachzuladen Ich krieg mal rege la rea noch zu Boah, so schnell schickt er gar nicht he Boah, es kommt riesen Bier alter Boah Oh ne, das war zu schnell Ah ne, kann wieder werden Kann wieder werden Aber ich war grad durchstochen Kann grad durchstochen Verteidige mich, verteidige mich Kann nicht, kann nicht Ah scheiße Ich bin auch gleich gestorben Scheiße Du bist gestorben Jetzt bau er hier, komm Warte mal, jetzt will ich mal kurz nach der Militontarbeitung Und hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der achtern Sektion Kommt mit hoher Hat ja nur 15 Genau das gleiche Das ist doof, dass ich mich machen kann Ich weiß, ob ihr auch Q drücken kann Ne, Geld nee Ich bin mir die sicher ob man du bist immer in sich Ich falls Du musst du Rehen gericht die reinfolgen ganz so viel das dann passt dann wie wir sind alle kommen wir halt wie viel muss man es will 3 4 5 6 bist du bereit für diesen ultimativen fight ja kann es losgehen okay ja 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 Du bist nicht da, dass du schon dauerst. Nee, aber schieb ich nicht. Nicht so mal. Wir sind ins noch, ins noch, komm schon Komm schon Fall durch Boah, ich will nachladen Gut, Kapsel Mit der Waffe ist das besser Sollste vielleicht die töten, aber Könntest du ja bei Lohmann Ah, scheiße, oder? Ha Wollen wir noch mehr? Oh ne, der blubbert bloß Was? Was fehlt denn noch? Die Knarre ist geil, ey Die Klinge war sehr genau Die Klinge war sehr genau Bauer Was ist das? Nicht da, was ist das? Ne, ne Oh, die Klinge war sehr gut Oh, die Klinge war sehr gut Oh, die Klinge war sehr gut Oh, das ist ein Wind Meine Güte, ey Safe, oder? Ja Na ja, klar Voll easy Weil ich werde mir mehr Wollen machen, ey Ich werde mir mehr Bei der Knarre hier unten Anstatt dem Cutter Mal was anderes im Wohnen Okay Weil, weiß nicht Der Cutter, der bringt's nicht Der bringt's nicht Der bringt's nicht Der bringt's nicht Ah, ich hab mal nicht an der Schalte Der macht nicht genug Schauen Der Tesla-Account Der kriegt ja weiter Ah, scheiße Jetzt kriegt immer die falsche Tasche Dann kommt der Hänge Halt, Alter Shake, shake Woher jetzt? Joooooh Joooooh Ich glaube, wir müssen wieder zurück Bench Weiter, weiter Mein Bot Mein Bot ist wieder da Ah Wie? Meine Fresse Hahaha Boah, ey Und hier war's Hm Für oben mach ich mal mehr Schaden Nachladen und Schaden Hm Nachladen und Clip Nachladen und Clip Schaden und Clip Ach, nehmen wir das So Das sieht schon ganz annehmbares So Jetzt hab ich oben mehr Schaden zugefügt Soll es passen Soll es passen Ähm Muss das so sein? Du hast gezwungen Hallo? Na toll Hö Ähm Äh Äh Hä? Was? W多 grad? Kündig Mh. 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 Ich habe mit diesem Trick schon 3 Stunden überlebt. Schön, gesehen, einfach zurückschießen. ach ich schießt so gut macht ja immer hoch was wo denn iiih, zockt ein Stück von dir von der Hals so so'n Ding kommt so'n Fieger, darf ich sicher gehen äh na komm so 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 das aber schon wieder, Alter das gibt es aber nix her bliegen auch hier sind wir Scheiße. Das ist doch scheiße. Ach wir müssen in die Bahn einsteigen. Wir haben was vergessen oder? Ne ne. Oder? Ach neuer. Was? Boah. Was ist denn toll ey? Los stell rein komm. Was? Ja ich kann nie. Musst mich reanimieren. Noch hast du die Chance mich zu reanimieren. Du willst mir nicht wie lange das dauert. Ich geh da ane. Oh schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein komm. Alter ey. Ich kann doch immer nie springen jetzt. Total anti. Ja. So, ist ja alles gut. Oh, schön. Das ist gut zu wissen. Super. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Ja, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Nächster Halt. Kommandoturm. Wie es im Kommandoturm weitergeht, zeigen wir euch beim nächsten Letztplay. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Das war knapp. Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Und bis demnächst und tschüss. Und tschüss.